Hilarion Gottfried Petzold ist ein deutscher Psychologe. Er begründete das Psychotherapieverfahren der Integrativen Therapie und ist Mitbegründer des Fritz-Pearls-Instituts. Von 1979 bis 2004 war Petzold Professor für Psychologie, Klinische Bewegungstherapie und Psychomotorik an der Freien Universität Amsterdam. Leben und akademischer Werdegang Petzold verbrachte seine Jugend im Rheinland und in Frankreich, er besuchte ein humanistisches Gymnasium. Sein Vater war Agronom und Maler, seine Mutter Theaterwissenschaftlerin und Autorin. Beide Eltern wurden als Pazifisten während des Nationalsozialismus verfolgt. Von 1963 bis 1971 studierte Petzold Philosophie, russisch-orthodoxe Theologie, Psychologie, Pädagogik und Medizin in Paris. Er nahm am Pariser Mai teil. 1968 wurde er zum Dr. Theol und 1971 zum Dr. Phil. Promoviert Ab 1971 studierte er in Düsseldorf Medizin, Soziologie und Erziehungswissenschaften und wurde 1979 in Frankfurt am Main mit einer Dissertation unter dem Titel Psychodramatherapie mit alten Menschen promoviert. Er war ein Schüler von Lilly Ehrenfried, der Begründerin der holistischen Gymnastik. Leistungen Mitte der 1960er Jahre entwickelte Petzold aus den Ansätzen der Gestalttherapie, der Psychoanalyse, dem therapeutischen Theater und dem Psychodrama das Psychotherapieverfahren der integrativen Therapie mit den Submethoden wie integrative Leib- und Bewegungstherapie, integrativen Suchttherapie und integrative Supervision. Petzolds besonderes Anliegen ist es, verschiedene methodische Ansätze wie Psychodrama, aktive Psychoanalyse, Gestalttherapie, Leibtherapie, Verhaltenstherapie, Kreativtherapien und unterschiedliche Theorieansätze aus Biologie, Neurowissenschaften, Philosophie, Psychologie und Soziologie in einem nach allen Seiten hin offenen Gespräch zu verbinden und auf der Grundlage von Phänomenologie. Hermeneutik und Diskursanalyse Eine eigene Meta-Theorie, die transversale Hermeneutik bzw. Meta-Hermeneutik zu entwickeln sowie eine eigenständige Praxeologie in der Leiborientierung, kreative Medien, Netzwerkgerichtete Soziotherapie und eine Orientierung an der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne grundlegend sind. Zentrale Begriffe seiner Theorie sind who? a. Informierter Leibkorrespondenz-Polylog-Meta-Hermeneutik-Emanzipierte Identität Die fünf Säulen der Identität Entwicklungstherapie in der Lebensspanne Transversalität Tree of Science Er leistete im Sinne des Lifespan Developmental Approach Beiträge zur Gerontopsychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Seit 1971 beschäftigt er sich mit der Drogen- und Suchttherapie und veröffentlichte Standardwerke zu dieser Thematik. Er engagierte sich bei der Gründung, Beratung und Supervision zahlreicher Therapieketten und therapeutischer Wohngemeinschaften für Suchtkranke und leistete Theorie, Methodik und Forschungsbeiträge im Bereich der Supervision. Petzold gründete gemeinsam mit Johanna Sieper und Hilde Guntheinl 1974 die K-Sekunden Fritz-Pöhrs-Institut für integrative Therapie, Gestalttherapie und Kreativitätsförderung und 1981 die Europäische Akademie für Psychosoziale Gesundheit in Höckeswagen. Außerdem war er von 1979 bis 2004 Professor für Psychologie, Klinische Bewegungstherapie und Psychomotorik an der Freien Universität Amsterdam und ist seit 2001 Gastprofessor für Supervision und Psychotraumatologie an der Donau-Universität Krems. Schriften Mit Martin Sökefeld U A-Identität Ein Kernthema moderner Psychotherapie Interdisziplinäre Perspektiven VS Verlag Wiesbaden 2012 ISBN 9783-53117693-2 Integrative Therapie Modelle, Theorien und Methoden einer schulenübergreifenden Psychotherapie Drei Bände Zweite Auflage Junfermann Paderborn 2004 ISBN 3873870665 Frühe Schädigungen Späte Folgen Zweite Auflage Junfermann Paderborn 2004 ISBN 978-387387092-5 Angewandtes Psychodrama Vierte Auflage Junfermann Paderborn 1993 ISBN 978-387387-153-3 Integrative Bewegungs- und Leibtherapie Dritte Auflage Junfermann Paderborn 1996 ISBN 387387-289-7 Supervision in der Altenarbeit Junfermann Paderborn 2005 ISBN 978-387-387-6262 Schulen der Kinderpsychotherapie Dritte Auflage Junfermann Paderborn 1995 ISBN 978-387-387-268-4 Mythen der Psychotherapie Junfermann Paderborn 1999 ISBN 978-387-387-3-2-3-0 Als Herausgeber Die neuen Kreativitätstherapien Handbuch der Kunsttherapie Band 1 und 2 Junfermann Paderborn 1990 ISBN 3-87387-027-4 Mit P. Schei W. Ebert Integrative Suchttherapie Band 1 Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden 2004 Mit P. Schei W. Scheiblich Integrative Suchttherapie Band 2 Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden 2006 Mit I. Sinn Sinnerfahrung Lebenssinn in Psychologie und Psychotherapie 2 Bände Edition Sirius Bielefeld 2005 Mit Johanna Sipa Der Wille Die Neurobiologie und die Psychotherapie 2 Bände Edition Sirius Bielefeld 2008